Ganz kurz erwähnt, alles was jetzt passiert, liegt allein in eurer Verantwortung. Wir haben da quasi nichts zu tun wasser. Das Thema war mir nicht wirklich klar. Ihr hättet gerne ein Krankenhaus, aber stattdessen wollt ihr Kirmes feiern. Jetzt habe ich hier als Begriffe tausend Bäume, Hoffnung, Ökumene, Freundlichkeit, Solidarität, Meckbrötchen, Rücksicht, Lachen, Bier, Sauerbraten, Geschwindigkeit, Begrenzung, Singen, was heißt denn das hier? Ich kann selber nicht lesen, oder was? Da war ich dann mal eingeschimpft gelesen. Was war da noch? Ach, Wandel habe ich noch, glaube ich. Jetzt habe ich noch zwei Minuten, ich werde mich noch lesen. A Puzzle heißt das, Puzzle, das ist also ein Wort, da kann ich jetzt lesen. Puzzle, da haben wir Puzzle, jetzt noch eins, das kann ich auch nicht lesen. Weißt du, das muss wegfallen. Noch mal, warten wir mal nach Gruppentherapie. Also außer heute Abend mag ich. Ihr habt ihn überhaupt nicht, weißt du, was singt du? Schalalalalala, das sieht ja nicht ganz gut. Mancher denkt sich, ich hätte gern ein Krankenhaus. Ich spüre überall Schockknöpchen. Noch ein Hahn, da sagt man viel wichtiger, als ein Krankenhaus sind mit Brötchen. Irgendwie, so kriegen wir diesen Ort ganz neuen Schwung. Sagt uns, wo kommt die Stimmung her? Woher kommt sie, die Hoffnung? Mancher sagt, damit wir nichts zu tun haben, wischt sich vom Ärmel den kleinsten Fussel. Ich sag euch, nein, jeder von euch ist ein Teilchen hier in dem Dosen. Und wer denkt, ich weiß nicht, ob ich nicht gehöre ich dazu, auch du bist eine Ergänzung. Und wenn ihr wirklich hier was ändern wollt, brauchen wir mehr als eine Geschwindigkeitsbremdung. Okay, jetzt die Zukunft naht. Ich spüre sie, bald ist sie hier. Ich weiß, dazu braucht man die richtige Stimmung. Und manchmal hilft da auch ein Bier. Und bei vielen ist die Hoffnung immer noch zu klein geraten. Die sagen, ich brauch mehr als ein Bierchen. Ich brauch dazu auch sauer Braten. Oh, 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 oh. Wir hätten gern ein Krankenhaus. Dann könnt die Zukunft nahen. Doch stattdessen feiern wir weiter die Kürmels hier in Haarland. Und wir pflanzen tausend Bäume mitten zwischen die gebrannten Mandeln. Dann haben wir endlich hier die Stimmung für den Wandel. Ich hör schon die ersten kritisieren. Hey, der Wandel, nachdem ich mich sehne. Den schaffen wir noch nicht ganz alleine. Dazu braucht's die Ökumen. Und damit noch nicht genug, dass bei mir das nicht genug weit geht. Wir brauchen über allen Haaren endlich Solidarität. Der Nächste fragt überall Solidarität. Stimmung für den Wandel, wie soll das gelingen? Ich glaube, vielleicht geht's ganz einfach. Lasst uns mehr gemeinsam singen. Und das kann nicht alles sein. Man kann doch noch ein bisschen was machen. Zum Singen und zum Sauerbraten. Dann fehlt nur noch das Lachen. Oh, 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 oh. Oh, ja, wir hätten gern ein Krankenhaus. Dann könnt die Zukunft planen. Seit dessen feiern wir hier weiter. Kräftig Kürmisch in Haaren. Oh, wir pflanzen tausend Bäume mitten in Spiegel, Branden, Mandeln. Dann haben wir endlich hier die Stimmung für den Wandel. Oh, oh. Und was dieser Wandel dann wirklich bringt, die Antwort ist ganz schlecht. Die Stimmung ändert sich ganz einfach mit ein bisschen mehr Rücksicht. Und ich frag mich, wie geht's jetzt los? Und dazu meine erste Idee. Wenn ihr wandeln wollt, kauft euch gleich nach dem Konzert eine Drohkammer. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Und dann werden wir weiter. Die Klammer ist hier in Haaren. Und wir pflanzen tausend Bäume tressen die gebrannte Wandel. Dann ist sie endlich da. Die Stimmung für den Wandel. Danke. Die Stimmung für den Wandel. Applaus